Guck mal hin, komm mal hin, komm mal hin, alle mal hier weiter, oh, jeder in eine andere Richtung, Schatzi, komm mal hin, hat mir mal ein Spielzeug gebraucht, hm, Schnucki, oh, jetzt aber hier, warte mal, die haben sich verheddert, was ist denn hier los? Und hier, komm hin jetzt, komm, komm her, hier, 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 alle von sich kommen, hey, da sind ja meine Kirbodenkinder, hallo, hey, hier der erste Ausflug, prima, aber jetzt müssen wir uns wieder befreien, ja, schaut mal her, Steine essen, der isst Steine. Und hier, weee, oh, Kinder, wollen wir immer mal zur Fall bringen, langsam. Und hier, komm her, hin, hin, hin. Komm, vorbei. Komm her! Und hier! Hey! Hey! Schnell, komm her! Komm her, komm her! Geht's wieder zum Papi? Geht's wieder zum Papi? Rissi? Nein. Komm her, komm her! Hallo! Sie hat Ihnen auch immer! Nein! Nein! Hey, klasse, ja klasse, ja prima, hey, ist das aufregend, die freie Welt hier, hallo, ja, schaut mal, hier, und zu mir. Moment, du hast die Leine um deinen Fuß, so, ich hab sie jetzt, warte mal, hier, und schnell, 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 ja, und schnell, und schnell, und schnell, und schnell, und schnell, nein, jetzt, lass sie, komm. Ui, die Gälder aus, hier, die Mama kann ich mir, ha, ja, was gibt's denn da, was schon wieder gut ist? Was riecht denn hier gut? Was riecht denn hier gut? Was riecht denn hier gut? Kommt dein Auto, kommt dein Faktor? Ja, die Steine schmecken so gut, ja. Und hier, hey, Mäusi, komm, du willst, du hast ja mal Interesse an was anderem. Hier, hier ist die Mama. Kleini. Hey, komm mal her, du Mäusi. Ja, du willst doch zu dem Stein, die Mama hat kein Spielzeug dabei. Und hier. Ja, 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 ja. Hier. Komm, schnell, 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 schnell. Ja, da hängt man an den Leinen dran, gell. Komm. Das ist auch ne völlig neue Erfahrung. Man kann im Leben nicht mehr hingehen, wo man hingehen will. Guck mal, da essen die Essensteine, ja. Müssen ja alles kennenlernen mit ihren Sinnesorganen. Oh, wer essen das, wer will denn da nicht mit? Komm mal mit, mein Schnuckel. Wer will denn da nicht mit? Hallo. Wer sind das? Kleine Goldbär. Das ist der Weißbär, der ist müde. Weißbärchen ist müde. War der aufgestanden? Ja. Und du, Becksbärchen? Komm. Schau mal her. Du hast ja das auch, weißt du was? Du bist schlau. Du hast ja das schon in deinem Kopf bearbeitet, mein Schatz. Oh, schau, ein Auto. Ein Auto. Ui, 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 was war das denn? Das erste Auto in eurem Leben. Leibhaftig. Guck das einmal wieder Auto. Nicht nur von der CD. Ja. Klasse. Kinder, komm mal her. Kommt zu Papa. Komm, 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 komm. Kleine Goldbär. Komm mal zu Papa. Hier ist der Papa. Hier wollen ich die alle Kinder scharfen. Nein, hier sind die Kinder hier. Komm mal wieder. Komm mal hier. Hier. Ei, hier ist Papa. Hier ist Papa. Ach, guck mal hier. Die tränkliche Erde da. Na, guck mal. Komm mal hier, Schatzbär. Komm, 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 komm. Hier ist Papa. Ja, 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 ja. Prima, prima, prima. Prima, prima. Vielen Dank.